So, jetzt schicken die Jungs Cola Du brauchst mal Wasser Hier, dein Wasser Wo ist die Zitrone? Ich hab eine Cola mit einer Zitrone Ah, Zitrone hab ich noch Dein Stroh Gut Bitte Schrauben Geheizung Ich hab meine Turchse Ich hab meine Turchse Ich hab meine Tülle Ich hab meine Tülle Geh' dich Geh' dich Ach, mein Tülle Kommt! Schieß auf, wenn ich mit dir rede! Kommt! 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 Selamat! Oh, willkommen unsere Shisha-Bar! Hey, Salam, Habibi! Setzt! Setzt! Jungs, der Kollege macht zwei für fertig, okay? Tammau, hab ich an dir eine Frage? Kannst du nicht nur noch von der Blonden davon erzählen? Mann, da ist meine Tochter! Bist du bekloppt oder was? Wusste ich nicht ab, tut mir leid. Du brauchst dein Pfeil und gehst wieder! Ich hab die andere Blonde gemeint, ich hab die andere Blonde gemeint. Alles gut. Na, Araf, Wasser geht doch nicht, Mann! Komm doch mal rüber, land! Ah, Schaube der... Jawoll, ja, was willst du von mir? Ja, was willst du von mir? Kein Wasser, kein Wasser! Ja, Wasser ist kaputt, Araf, ja? Wenn du kein Wasser hast, dann machst du anders! Wie? Dann haltet die Leute warten, dann... Hier hast du dein Wasser! Bring Kopf an, Tonkopf schnell, die warten doch! Chef, eine Frage, kannst du den Fernseher machen und als Spiel sehen? Wie ist die Pfeil? Wie ist die Pfeil? Super, ja, probierbar! Wie verglebt! Was haben wir den Lemmetschimmer mitgenommen, ne? Ja, klar! Was ist das nicht? Warte mal, Alter! Chef, das ist aber nicht das Fußballspiel, ja? Was? Ey, das ist... Das ist unser Telefon gerade, ey! Ja! Alter, das ist unsere... Pisst der gerade in unsere Bowl rein? Was? Alter! Baa! 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 Was ist denn eigentlich der gerade passiert? Was ist los? Baa! Baaa! Abla! czh! Och! Habibti, ich will für dich! Förtisch, Familie! Daar! Was ist los mit der Adam? Konnt五 the Jill Schreck, lad! Arab, gib bisschen! Arab, warum teilst du nicht? Wir sind Freunde geworden! Einmal, einmal! Oh, ja! Guter Frau! Arab, du hast keine Frau! Kamele, ich geb dir Kamele! Wofür scheiß sind wir da weiter? Schau die Kanaken! Ey, Arab, dann piss ich mich gut! Ich weiß nicht, was die haben! Ich hab mich verliebt! Alter, was habt ihr gemacht? Schau! Schau! Arab, alles okay? Wo ist dein Auto? Ich hab dieses Auto geklappt! Mann, du Esel! Ich hab das nicht! Wofür! Wofür ist das? Wofür ist das? ARD Text im Auftrag von Funk